Mal wieder eine kleine Knobelaufgabe. Diesmal geht es um Summen von Kubikzahlen. Der Aufhänger für diese Geschichte ist der legendäre indische Mathematiker Ramanujan. Der kam ja schon im Video über die Berechnung von Pi vor und inzwischen gibt es auch einen Kinofilm über ihn. Leider ist er nicht sehr alt geworden und als er in England war, verbrachte er auch einige Zeit im Krankenhaus. Und da hat ihn sein Gastgeber Hadi, auch ein bekannter britischer Mathematiker, besucht. Und dabei kam es zu folgender Anekdote. Hadi war mit dem Taxi angereist und erzählte, um Ramanujan aufzumuntern, das Taxi hatte die Nummer 1729 gehabt und das sei ja eine sehr langweilige Zahl. Und darauf sagte Ramanujan, nein, die ist überhaupt nicht langweilig. Das ist die kleinste Zahl, die man auf zwei verschiedene Arten als Summe von zwei Kubikzahlen schreiben kann. Damit ist also das folgende gemeint. 1729 lässt sich schreiben als 12 hoch 3 plus 1 hoch 3 und es lässt sich auch schreiben als 9 hoch 3 plus 10 hoch 3. Das sind zwei verschiedene Summen von zwei Kubikzahlen. Mit Kubikzahlen meint man natürlich Zahlen hoch 3. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es noch mehr Zahlen gibt. Und es gibt noch einen ganzen Haufen solcher Zahlen. Und wenn Sie wollen, können Sie die URL unten besuchen und selbst noch weitere Zahlen generieren mit dieser Eigenschaft. Und aufbauend auf diesen Summen von Kubikzahlen gibt es eine interessante Frage mit einer interessanten Antwort von Timothy Goers. Timothy Goers ist ein bekannter britischer Mathematiker, der vor ungefähr 20 Jahren die Fields-Medaille bekommen hat. Inzwischen ist er sogar Sir. Und der hat in einem Buch die folgende Variante für Kubikzahlen vorgeschlagen. Er hat die Frage gestellt, gibt es eine Zahl, die man auf mindestens zehn verschiedene Arten als Summe von vier Kubikzahlen schreiben kann. Also nicht nur auf zwei verschiedene Arten als Summe von zwei Kubikzahlen, sondern auch auf zehn verschiedene Arten als Summe von vier Kubikzahlen. Kleine Fußnote, damit man das nicht aus Versehen oder absichtlich falsch versteht. Immer wenn hier in diesem Video von Zahlen die Rede ist, sind dann mit positive, natürliche Zahlen gemeint. Also die Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Null ist nicht dabei und es geht auch nicht um irgendwelche Brüche oder irrationalen Zahlen. So, wie könnte man an so eine Frage rangehen? Man ist heutzutage natürlich immer zunächst in der Versuchung, den Computer anzuwerfen. Das könnte man sich hier auch überlegen. Da gibt es nur zwei Probleme. Erstens wird das eventuell ziemlich lange dauern und wir werden später noch sehen, dass man die Frage sogar noch variieren kann, sodass irgendwann der Computer überhaupt keine Chance mehr hat. Zweites Problem, Sie wissen ja noch gar nicht, was die Antwort ist. Wenn die Antwort Nein ist, dann wird Ihnen der Computer nicht helfen, denn selbst wenn der nach zehn Jahren noch keine Antwort rausgeschmissen hat, ist das ja kein Beweis dafür, dass es solche Zahlen nicht gibt. Das heißt, es ist also Nachdenken angesagt und dafür gebe ich Ihnen jetzt mal ein bisschen Zeit und danach gibt es ein paar Hinweise. Die Hinweise sind selbst auch Fragen, die sich aber, denke ich, alle leicht beantworten lassen. Die erste ist, wie viele Kubikzahlen gibt es bis zur Zahl A und die Zahl A ist eine Milliarde. Wenn Sie es ganz genau formuliert haben wollen, wie viele Kubikzahlen gibt es bis einschließlich A. Die zweite Frage ist, wenn man tausend verschiedene Zahlen hat, auf wie viele Arten und Weisen kann man vier verschiedene davon auswählen? Und die dritte Frage ist, wenn man vier verschiedene Zahlen unterhalb von A addiert, wie groß kann die Summe höchstens werden? Und hier ist mit unterhalb von A auch wieder gemeint bis einschließlich A. So, und jetzt kommen die Antworten auf diese drei Fragen. Das sollte hoffentlich nicht so schwer gewesen sein. Wie viele Kubikzahlen gibt es bis zu einer Milliarde? Natürlich tausend Stück, nämlich die Zahlen 1 hoch 3, 2 hoch 3, 3 hoch 3 und so weiter bis 1000 hoch 3, weil 1000 hoch 3 gerade A ist. Zur zweiten Frage, wenn man aus 1000 Zahlen 4 auswählen soll, dafür gibt es ja eine kombinatorische Formel. Die Antwort ist 1000 über 4, also der Binomialkoeffizient. Wenn man das ausrechnet, ist das ungefähr ein bisschen mehr als 41 Milliarden. Und die letzte Frage eigentlich auch ganz einfach, wenn man vier Zahlen unterhalb von A addiert, wie groß kann die Summe dann höchstens werden? Natürlich höchstens 4 mal A, das heißt 4 Milliarden. Und kleine Anmerkung am Rande noch, die Zahl, die wir bei der zweiten Frage herausbekommen haben, ist größer als 40 mal A. Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Darum, bevor ich zur endgültigen Lösung komme, machen wir hier noch mal eine Denkpause. So, und jetzt die Lösung. Wir schauen uns die Kubikzahlen 1 hoch 3, 2 hoch 3 und so weiter bis 1000 hoch 3 an. Wenn man von den vier auswählt und die addiert, haben wir uns eben gerade überlegt, dann ist die Summe, die rauskommt, eine der Zahlen zwischen 1 und 4 Milliarden. Außerdem haben wir uns überlegt, es gibt mehr als 10 mal so viele Möglichkeiten, solche Summen zu bilden, also vier solche Zahlen auszuwählen und die dann zu addieren. Das bedeutet, im Durchschnitt kommt jede der Zahlen zwischen 1 und 4 Milliarden öfter als 10 mal als so eine Summe vor. Und das bedeutet natürlich, dass mindestens eine von diesen Zahlen tatsächlich mindestens 10 mal als Summe vorkommen muss. Denn wenn jede von denen weniger als 10 mal als Summe vorkäme, müsste der Durchschnitt ja auch kleiner als 10 sein. Und damit ist die Frage beantwortet, denn das war ja das, was wir wissen wollten. Das Ganze hat natürlich auch eine mathematische Moral oder zwei eigentlich. Das Erste, dieses ist ein typischer Existenzbeweis. Wir haben jetzt bewiesen, dass es so eine Zahl geben muss, ohne Zweifel. Nur wir kennen die Zahl nicht und wir haben auch kein Verfahren kennengelernt, mit dem man diese Zahl effizient finden kann. Das heißt, wenn wir sie jetzt finden wollen, mit dem jetzigen Wissensstand, müssen wir doch wieder einen Computer anschmeißen. Die zweite Moral ist, und das ist auch typisch für mathematische Fragestellungen und ihre Lösungen, wir haben eigentlich etwas ganz anderes beantwortet und zwar sogar mehr beantwortet, als eigentlich gefragt war. Wir haben nämlich etwas beantwortet für alle Mengen von 1000 Zahlen unterhalb von A und nicht nur für diese ganz bestimmte Menge der 1000 Kubikzahlen unterhalb von A. Und es war leichter, als die Frage für diese spezifische Menge zu beantworten. Und wir sind mit ganz anderen Methoden herangegangen, als man ursprünglich hätte denken können, denn die Fragestellung war so formuliert, dass man denken sollte, es sei ein zahlentheoretisches Problem. Aber gelöst wurde es mit kombinatorischen Methoden. Wenn Sie nicht selbst darauf gekommen sind und das vielleicht noch mal ein bisschen üben wollen, um sicherzustellen, dass Sie es auch verstanden haben, dann können Sie das ja ein bisschen variieren. Zum Beispiel begründen Sie, warum es eine Zahl gibt, die man auf mindestens 20 verschiedene Arten als Summe von 7 Kubikzahlen schreiben kann. Die Frage ist also in diesem Fall, was muss jetzt statt 1000 und eine Milliarde genommen werden? Und wenn Sie es ganz besonders schön machen wollen, dann können Sie begründen, warum die folgende Aussage gilt. Sie nehmen sich irgendwelche Zahlen K, M und N, einzige Bedingung K ist größer als M, und Sie begründen, dann gibt es immer mindestens eine Zahl, die man auf mindestens N verschiedene Arten als Summe von K, M Potenzen schreiben kann. Und als letzte Anmerkung noch, falls Sie sich bei der ganzen Sache gedacht haben, das ist doch eigentlich alles total trivial, es gibt unendlich viele Zahlen, da wird man schon so eine finden, das ist gar nicht so trivial. Man könnte die Frage ein bisschen abändern und dann stellt man fest, sie ist gar nicht mehr so leicht. Wenn Sie zum Beispiel nicht fragen, ob es eine Zahl gibt, die sich auf mindestens vier verschiedene Arten als Summe von 2 Kubikzahlen darstellen lässt, sondern Sie stattdessen fragen, gibt es eine Kubikzahl, die sich auf mindestens vier verschiedene Arten als Summe von 2 Kubikzahlen darstellen lässt, dann könnte man da ja immer noch denken, es gibt so viele Zahlen, das wird schon irgendwie klappen, lass mal den Computer laufen. In diesem Fall ist die Antwort aber nein, es gibt nicht mal eine einzige Kubikzahl, die man auch nur auf eine Art als Summe von 2 Kubikzahlen schreiben kann. Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass der große Satz von Fermat uns sagt, dass das nicht gelten kann. Allerdings muss man in diesem Fall für die Begründung gar nicht dieses schwere Geschütz auffahren. Für Kubikzahlen, also für die Zahl 3, wurde das schon im 18. Jahrhundert von Leonard Euler bewiesen. Aber es zeigt mal wieder, dass in der Zahlentheorie Dinge, die ganz einfach zu formulieren sind, eventuell sehr schwer sein können. Damit ist nicht so schlimm. Dann müssen Sie das schon verschlechtert. Dann müssen Sie das noch einmal wieder auf der Stadt zu machen. Vielen Dank.